HBO hat den ersten Teaser-Trailer für die zweite Staffel von The Last of Us veröffentlicht. Zusammen mit drei neuen Postern. Zu den eindringlichen Klängen von Future Days von Pearl Jam zeigt der Trailer die Überlebenden der Apokalypse. Hier der Trailer. Gut, können wir dann anfangen? Versuchen wir was anderes. Man muss den Mut haben, etwas laut auszusprechen, bevor man es heilen kann. Sprechen Sie aus, was Sie zu sagen fürchten. Sprechen Sie es aus, egal was. Egal wie schlimm. Was haben Sie getan? Sprechen Sie es aus, egal was. Sprechen Sie es aus, egal was.